Mein Name ist Nagihan Danis. Ich bin Entwicklungsingenieurin in der Produktgruppe Heizsysteme bei der Firma Truma. Angefangen habe ich mit einer Praktikantentätigkeit bei der Firma Truma, dann am Anschluss die Bachelorarbeit und jetzt bin ich tätig als Entwicklungsingenieurin. Die Hilfsbereitschaft der Kollegen und auch wie sie einen unterstützen und fördern möchten, das hat mir sehr gut gefallen. Ich durfte die Erfahrung machen, dass ich jetzt nach der Fertigentwicklung eines Gerätes auch den Produktionsschritt mal mit begleiten durfte, die Anfangsphasen. Bei der Firma Truma vor allem hat man es oft, dass man auch selbst mal ans Werk gehen muss. Also als Ingenieurin gehört das meiner Meinung nach dazu, auch das zu sehen, was man sich gedacht hat, was man entwickelt hat, da mal selbst praktisch dran zu gehen. Das Familienunternehmen Truma macht für mich aus, dass die Kommunikation unter den Mitarbeitern auf einer anderen Ebene stattfindet. Die Atmosphäre ist viel lockerer und die Gemeinschaft, also die gemeinschaftliche Arbeit, das Ziel etwas Gutes für die Firma Truma zu entwickeln, da kämpft man schon miteinander dafür, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Die Atmosphäre ist viel lockerer und die Schweizerer. Vielen Dank.